Der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer ist gestorben. Die deutsche Politik und Umweltbewegung trauern um einen ihrer einflussreichsten und charismatischsten Vertreter. Am Dienstag verstarb Klaus Töpfer, ehemaliger Bundesumweltminister und langjähriger Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP im Alter von 85 Jahren. Seine Familie bestätigte den Tod, der in Karlsruhe, seinem letzten Wohnort, eintrat. Töpfer, der von 1987 bis 1994 als Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter Kanzler Helmut Kohl diente, hinterlässt ein bedeutendes Erbe. Er war maßgeblich an der Einführung des deutschen dualen Systems zur Mülltrennung beteiligt, das mittlerweile weltweit als Vorreiter gilt. Töpfer's Commitment to environmental issues and sustainable development however, went far beyond national borders, earning him international recognition – life and career. Born on July 29, 1938 in Waldenburg, Silesia, today Waubrich, Poland, Klaus Töpfer grew up in Huckster, Westphalia. He studied economics in Münster and Frankfurt and Maine and eventually earned a PhD in spatial planning. Seine politische Karriere begann in den 1970er Jahren, als er der CDU beitrat und eine enge Zusammenarbeit mit damaligen politischen Größen wie Helmut Kohl und Norbert Blüm pflegte. 1985 übernahm Töpfer das Amt des Ministers für Umwelt und Gesundheit in Rheinland-Pfalz, bevor er zwei Jahre später zum Bundesumweltminister berufen wurde. In dieser Zeit setzte er sich vehement für den Ausstieg aus der Kernenergie ein und förderte erneuerbare Energien. Zudem gehörte er zu den ersten deutschen Politikern, die die Bedrohung durch den Klimawandel öffentlich thematisierten und politische Maßnahmen forderten. Er setzte sich intensiv für den Erhalt der Biodiversität und den Kampf gegen die Wüstenbildung ein. Sein Engagement zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung wurde vielfach gewürdigt. Unter anderem erhielt er den Deutschen Umweltpreis und den Ehrendoktorwürden mehrerer Universitäten. Im Jahr 2009 gründete er das Institute for Advanced Sustainability Studies, IASSS, in Potsdam. Eine Forschungseinrichtung, die sich globalen Nachhaltigkeitsfragen widmet. Bis 2015 blieb er deren Direktor und trieb Projekte zu Klima- und Umweltschutz ebenso voran wie interdisziplinäre Forschungsansätze. Letzte Jahre und Vermächtnis. Auch nach seinem offiziellen Ruhestand blieb Klaus Töpfer ein gefragter Redner und Berater. Er war aktiv in zahlreichen Beiräten und Stiftungen tätig, darunter die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und der Club of Rome. Sein Einfluss prägte maßgeblich die deutsche Umweltpolitik, die durch seine Initiativen und Programme auf internationalen Konferenzen große Anerkennung fand. Töpfer hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Sein Tod löste nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Trauer und Betroffenheit aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte ihn als visionären Vordenker und unermüdlichen Kämpfer für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Viele Weggefährten erinnern sich an ihn als jemanden, der stets die Kooperation und den Dialog suchte. Mehrere Sprachen sprach und kulturelle Barrieren überwand. Politische Kolleginnen und Kollegen wie die ehemalige Umweltministerin Barbara Hendricks und der derzeitige Bundesumweltminister beklagten den Verlust eines großen Politikers und Vordenkers. Klaus Töpfer hat nicht nur die deutsche Umweltpolitik geprägt, sondern auch weltweit Maßstäbe gesetzt, sagte Hendricks in einem Nachruf. Mit seinem Tod verliert die Welt nicht nur einen herausragenden Politiker, sondern auch einen leidenschaftlichen Verfechter einer nachhaltigen Zukunft. Sein Engagement und seine Vision bleiben unvergessen und sind eine bleibende Inspiration für kommende Generationen. Anita Farke, Donnerstag, 13. Juni, 24 X.